da jetzt mal hier ja ja alter wo er sich vordrängelt ne mal uhr liegt hier irgendwo das hab ich letztem schon mal gehabt die ist aufgegangen da hab ich jetzt nicht richtig zugemacht aber vor dem chick ist ein Rad knapp hey 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 ja ja alter alter haha es ist kalt gewesen hier zwischendrin ja 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 ist der Herr Schmidt ja wie immer du fährst denn durch du fährst denn durch weil hier im Weg steht du musst da ne musst du nicht ich will da außen rum fahren ach dann komm mach mal den dem und fahren wir den mal hin wuhu sliding das stimmt das war der scheiß felser ja komm lass laufen lass laufen und ich lauf jaja wortspiel mach keine komische geräusche hinter mir was ich hätte als würdest du fahren wie gesagt immer nur geradeaus klang nach losem untergrund erst mal wieder richtig stellen ach die schuhe haben zu viel biss ich bin der scheck gewohnt ich bin der schuhe ich bin der schuhe Irgendwie ist die Warn weg gewesen. Die Stufe war weg. Das war so ein Baum schon quergelegen. Ja, da war da in dem auferen Stück drin. Da kommst du unten an der Gabelung raus. Das war hier in dem Stück. Also wenn du unten kommst du an der Gabelung raus. Wo dann der Scheiben oben links war. Genau. Was? Ja. 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 ach sind sie wirklich schnuff? ok ja der schwung mitnehmen das geht ja gut wenn wir jetzt hier hoch sind wir gleich wieder oben ja gut wenn wir jetzt nochmal hoch auf den russenweg dann war ja der plan ja dann machen wir hier noch so wer ballert vor dann auf was hast du? ernsthaft? akku ist leer warum ist akku leer? ok nur helmkamera auch gut ach 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 jetzt kommt der scheiß Porsche hoch ich hab mich immer verhudelt genau der guten tag juhu, brenzweg guten tag guten tag guten tag oh ticke alter bremsweg treppe oder links? rechts meine ich hat die gläse ich genau auf den sprung drauf guckt schweinerei achso soll ich fahren? ja gut ich fahr vor ja 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 so blöd bin ich schon ewig in New York gefahren normal bin ich ganz rechts und das Ding aufhören weil ich raus ne ne wir kommen da ah ich weiss was du meinst die ganze kratur ist bloß ja also bist du runter ans senkmal ja alle hopp их und ok dankeschön und ok frei 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 jawoll frei frei oh oh und da servus Achtung chicken heee also willst du es gerade aus und da sind wir hier vorne hochgekommen ja einfach noch ja heute ein bisschen viel los hier auch mit rund hallo ich glaube wir haben heute schon mal gesehen hallo guten tag dankeschön nach drei jahren das erste mal wieder russenweg gefahren weee das erste mal mit dem fahrrad weee und das hat sich besser gefühlt mit dem demo als cross country strecke hallo uuuu hehehehehe ja gut eigentlich wir hätten jetzt gerade aus weiter fahren können eigentlich theoretisch wir müssen eh runter an den bahnhof dann sag ich mal tschutz 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 ja hoffentlich aber dann mit gescheiten Fahrrädern wo man hochfahren kann hallo alter war früher aber besser zu erkennen ja der war früher besser zu erkennen ohohoho sliding sideways tschuldigung dürfen wir vorbei dankeschön aber nicht sondern ist es man Das war's. schrei doch nicht immer so genieß es doch auch